Willkommen zur achten Folge von Beyond Horizons die Antarktis Teil 2 und wir steigen auch sofort wieder ein. Also was alles könnte wohl verborgen sein unter dem mächtigen Eis der Antarktis? Tatsache ist, dass während und nach dem Zweiten Weltkrieg sich das Interesse für diesen eisigen Kontinent verstärkte. Und ja, richtig, auch die Nazis führten eine offizielle Expedition durch 38 39 und es war aber bis dato bereits die dritte Antarktis Expedition, die von Deutschland aus ging. Die erste fand von 1901 bis 1903 statt, die zweite dann von 1911 bis 1913. Aber diese dritte Expedition sollte vor allem neue Rohstoffe erforschen, die für den Krieg benötigt wurden. Das alles fand aber natürlich unter einem rein wissenschaftlichen Vorwand statt. Doch hier entstand dann auch ein Mythos, der sich bis heute hartnäckig hält und wo Beweise natürlich ausstehen. Sonst wäre es ja auch kein Mythos mehr. Angeblich war nicht nur das Schiff die Schwarmland dorthin unterwegs, sondern auch deutsche U-Boote. Und die wiederum haben an der Küste im nördlichen Teil von Antarktika einen Zugang in eine innere neue Welt gefunden, die wohl auch bereits bewohnt war und noch bewohnt ist von Außerirdischen. Damit nicht genug. Die Nazis hatten dann wohl auch außerirdische Technologie von ihnen und bauten erworben und bauten an den ersten Flugscheiben, was wohl die wahre Wunderwaffe werden sollte. Nun ja, zum Glück wurde das ja nicht rechtzeitig umgesetzt. England war auch ziemlich aktiv, immer in der Antarktis schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber auch besonders 1944 bis 1946 in einer geheimen militärischen Operation namens Tabarin. Dort sollte und wurde dann auch die erste permanente Antarktis-Station angelegt. Man wollte aber auch vor allem Gebiete nördlich der Antarktis beanspruchen und kontrollieren, um das damalige nazifreundliche Argentinien in Schach zu halten. Und dazu mal ein Stichwort, die berühmte Rattenlinie, wo man ja vermutet, dass viele Nazi-Größen nach dem Weltkrieg geflohen sind. Ja und von Argentinien ist es dann auch nur noch ein Hupfer sozusagen zur Antarktis. Aber bis heute unterliegen die Einzelheiten der Operation Tabarin immer noch der Geheimhaltung. 1947 wiederum schickte die USA Admiral Byrd nach Antarktika zum wiederholten Male, denn er war schon ziemlich oft dort unten, schon vorher in einigen anderen Expeditionen. Aber diesmal eben in auch einer militärischen Operation mit einer rund 5000 Mann starken militärischen Besatzung. Ja und die nannte sich Operation High Jump. Und angeblich hatte er den Auftrag dort die Nazi-Basis zu finden, die ja 38, 39 mutmaßlich unterirdisch errichtet worden ist und er sollte sie zerstören. Admiral Byrd war übrigens auch der Erste, der 1929 den geografischen Südpol überflog. Und das wiederholte er wohl 1947 und flog dabei aus Versehen durch eine Art Loch am Südpol ins Innere der Erde in ein angebliches Paradies jenseits jeder Vorstellungskraft. Bewohnt von einer technologisch überlegenen Zivilisation. Er hat übrigens wohl auch Flüge am Nordpol unternommen und behauptete, dass also über den zwei Polen jeweils ein Loch existiert. Und es ist auch tatsächlich so, dass diese Theorie über eine Art Wurmloch über dem Polen schon seit längerem kursiert. Doch damit nicht genug. Admiral Byrd wurde dann auch 1947 bei einem seiner Erkundungsflüge über die Antarktika, um eben diese besagte Nazi-Basis zu finden, angeblich von UFOs angegriffen. Daraufhin brach er schließlich die gesamte Operation Highjump überstürzt und früher als geplant ab. Nun, tja, all diese Behauptungen stützen sich auf ein geheimes Tagebuch von ihm, was wieder entdeckt worden ist und, naja, dessen Echtheit natürlich bis heute bezweifelt wird. Die Theorie der inneren Erde und einer fortschrittlichen Intraterrestrischen, also einer unter der Erde lebenden Zivilisation, war zu dem Zeitpunkt nichts wirklich Neues. Sondern kursierte in Europa bereits seit dem 17. Jahrhundert, auch im 18. Jahrhundert durch Romane wie zum Beispiel von Jules Verne, aber auch eben vehement Anfang des 20. Jahrhunderts durch Geheimgesellschaften und Ulkotisten. Also, außerdem muss man dazu sagen, ist dieser Mythos einer der ältesten Mythen der Menschheitsgeschichte, denn sie sind auch Bestandteil der Geschichte der Navajo und der Hopi und auch einigen anderen indigenen Völkern. Und diese Theorie der inneren Erde, The Hollow Earth, finden wir auch in Asien. Wie zum Beispiel, ihr kennt das alle, wahrscheinlich den Begriff Agatha, wo auch eine fortschrittliche Zivilisation im Inneren der Erde leben soll. Verbunden durch ein Tunnelsystem und Höhlensystem, was die ganze Erde umspannt. Ganz tief in der Erde. Ein echten Beweis oder zumindest Bekanntenbeweis gibt es natürlich dafür nicht. Es bleibt also eine Theorie. Google Earth macht es uns heute möglich, den Planeten auch von der Couch aus zu erkunden. Aber ganz so einfach ist es dann auch nicht. Ich habe mich da mal in der Antarktis so ein bisschen umgetan, musste dann aber leider feststellen, dass auch dort Bilder, Aufnahmen bearbeitet worden sind, verpixelt. Ich habe das mit blauen Pfeilen mal gekennzeichnet. Warum auch immer, es dient ja alles friedlichen und wissenschaftlichen Zwecken eigentlich. Über den geografischen Südpol existiert mittlerweile eine No-Fly-Zone. Und hier sieht man, wie man sieht, gar nichts. Diese No-Fly-Zone, ja gut, die könnte man natürlich erklären damit, dass da mit dem Magnetismus die Geräte in den Flugzeugen vielleicht verrückt spielen. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Eine wirklich offizielle Begründung habe ich nicht gefunden. Nun ja, und dass man da eben auch gar nichts sehen kann, trägt jetzt nicht wirklich zur Transparenz bei und befeuert natürlich einige Theorien. Ich persönlich glaube nicht, dass es ein sichtbares Loch am Südpol gibt. Aber vielleicht eine Art Portal oder Wurmloch oder ein als Eisschicht getarnter Tunnel, der als Einflugschneise dient in eine unterirdische Parallelwelt. Was dann wieder die No-Fly-Zone auch erklären würde. Doch Zugänge in eventuell unterirdische Tunnelsysteme kann es auch in den Bergregionen von Antarktika geben. Zumindest würde ich dort Höhlen auch vermuten, die noch unter dem Eis liegen durften, natürlich. Die Antarktis hat immerhin Gebirgszüge und Berge, die höher als 4000 Meter sind. Wobei oftmals ein Teil nicht sichtbar ist, weil noch unter dem Eis liegt. Darüber hinaus gibt es aber auch etliche 3000er und 2000er. Also die Alpen in der Antarktis sozusagen. Und mal weiter gedacht, wäre es möglich, dass Ufos nicht nur aus dem Weltall kommen, sondern aus einer geheimen Welt im Innern der Erde. Wobei Sichtungen von unbekannten Unterwasserobjekten, die sogenannten Usos, wirklich eine neue Dimension bekommen durften. Tatsache ist jedoch, dass bisher neben diesen 138 Vulkanen 370 Seen unter dem Eis bekannt sind. Der größte davon liegt nahe der russischen Forschungsstation Vostok und nennt sich auch dementsprechend Vostoksee. Und dieser hat die Ausmaße von 250 Kilometern Länge, 50 Kilometern Breite und liegt unter, wie ihr seht, mehr als 3000 Meter dickem Eis. Dieser See ist ein in sich geschlossener von den Ozeanen und Außenwelt abgetrennter Süßwassersee. Ein einzigartiges Biotop, das durch menschliches Eindringen kontaminiert und zerstört werden würde. Doch kannte die Neugier der überheblichen unserer Spezies je irgendwelche Grenzen? Wer weiß denn wirklich wo und an was alles geforscht wirkt? Psst, nationale Sicherheit. Womit ich noch einen Punkt ansprechen möchte im Zusammenhang mit der Antarktis. Nämlich eine militärische Nutzung mit geheimen unterirdischen Basen für geheime Experimente. Zwar nicht erlaubt, laut dem Antarktis-Vertrag, aber egal. Was niemand weiß, macht niemand heiß. Oder doch? Erst im letzten Sommer wurde bei einem National Press Event in Washington, angeleitet von Dr. Stephen Greer, durch den Whistleblower Eric Hecker das Ausmaß der eigentlich untersagten militärischen Nutzung bekannt. Dabei handelt es sich unter anderem um ein System mit über 5000 speziellen Modulen, die im Eis versenkt wurden und pro Modul wohl um die 2000 Volt übertragen können. Es wird vermutet, dass damit die Kommunikation im Weltall zu Raumschiffen schneller als Lichtgeschwindigkeit hergestellt werden kann. Sogenannte Quantenkommunikation. Und nebenbei erwähnt er dann so eine bereits existierende Flotte der US Space Force im Weltall. Und dann kommt er zu der Kehrseite solch einer Technologie und deren Missbrauch als Energiewaffe, die laut seinem Bericht einen grünen Laserstrahl in die Atmosphäre schießt. Eric Hecker behauptet zumindest, dass bei einem Test 2011 versehentlich das Erdbeben in Christchurch, Neuseeland ausgelöst wurde. Die Tatsache, dass er für Raytheon einem amerikanischen Rüstungs- und Elektronikkonzern gearbeitet hat und seine Information eidesstattlich an die US-Kongressmitglieder weitergereicht hat, unterstreicht die Brisanz dieser Behauptung und stellt einmal mehr die Frage, was die amerikanischen Rüstungskonzerne in Geheimprogrammen unter Verschluss halten und wie man uns mit Desinformation und Propaganda in die Irre führt. Das machen aber alle Nationen, nicht nur die USA. Das ist ein altes Spielchen, nennt sich psychologische Kriegsführung. Da ist keine Nation besser als die andere. Doch noch was Positives, eine sehr interessante Entwicklung oder Entdeckung besser gesagt, der NASA vor rund fünf Jahren bei einem Experiment in der Antarktika wurde angeblich die Existenz eines Paralleluniversums nachgewiesen. In einem Paralleluniversum ist alles spiegelverkehrt und die Zeit läuft rückwärts. Und dieses soll anhand von Neutrinos bewiesen worden sein, die sich statt immer von oben nach unten, egal wo, in diesem Experiment von unten nach oben bewegt haben. Bisher konnte dieses Phänomen weder schlüssig erklärt noch eingeordnet werden und, aber daran wird mit Sicherheit mit Hochdruck gearbeitet, wenn man nicht schon die Antworten kennt. Wie anfangs auch erwähnt, forscht Deutschland in Antarktika auf fünf Forschungsstationen, unter anderem in der ganzjährigen besetzten Station Neumeyer 3. Die befindet sich am nordöstlichen Wedellmeer auf dem Eckströmschälfeis. Und dann gibt es noch eine Station im Süden der Antarktis am Rossmeer mit dem interessanten Namen Gondwana. Ja, den hatten wir vorhin schon im Zusammenhang mit dem Superkontinenten. Antarktika, ein wirklich einzigartiger und nach wie vor eben auch geheimnisvoller Kontinent. Ja, bestimmt nicht langweilig in seiner ganzen Geografie, seiner Entstehungsgeschichte, mit seinen Mythen, mit den Tragödien und Erfolgen. Und nicht zuletzt mit der bleibenden Frage, was passiert wirklich da unten. Nun, ich hoffe, auch diese Folge hat zum Nachdenken angeregt. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Und ansonsten würde ich sagen, stay around, see you next time and stay cool.